Hallo liebe Fußballfreunde, Thema 2. Liga 2022-2023 Zweiter Spieltag, Fortuna Düsseldorf gegen SC Badde-Bonn 07, Ergebnis 2 zu 1 Startelf, Fortuna Düsseldorf Karsten Mayer, Oberdorf, Klater, Hoffmann, Gratori, Sobotka, Klaus, Aho, Tankaka, Appelkamp, Händings, Kovinergi Startelf, SC Badde-Bonn 07 Hut, Hu, Heuer, Van der Wolf, Hofmeier, Schaldenberg, Justefan, Leibitz, Musila, Obermeier, Das war's von Fortuna Düsseldorf gegen SC Badde-Bonn 07, 17.17 Uhr ... ... ...